so was kommt jetzt noch mal bewegende plattform ja stimmt das nach unten nochmal gehe ich das risiko nicht ein letztes mal war schon so kacken knapp sowas kam jetzt noch mal noch eine bewegende plattform wie schnell das auto wenn die das ding sich nach hinten bewegt soll ich glaube das war der erste teil jawohl so und jetzt geht es nach oben und hoffentlich ist es wirklich nur für die beiden stellen hier im level nach klasse ich in ruhe komm ich lass dich leben und was machst du schießt mir zweimal in den kopf das finde ich mal nett so 1 und 2 3 und ach mann gut das nächste mal hänge ich mich nach rechts so schräg hoch da komme ich auch höher so diesmal darfst du nicht leben so nein das war jetzt eine verschwendete runde er wollte es klappt doch ich muss mich nur schräg daran hängen so eine münze kann man immer gut gebrauchen für mich mal schräg man die weg so mit dem schräg komme ich höher so direkt hier hoch so wo ging es jetzt gehen sie nach rechts weiter so ein bisschen warten jetzt was sagt mir da drauf gefallen ich hau mir gleich den kopf ein und da habe ich mir gedacht komm das letzte level das schaffst du doch wohl in den zwei videos heute natürlich ohne probleme schaffe ich das sieht man doch das ist doch ein kinderspiel das level ja wieder ein sprung verschwendet so und so weiter geht's jetzt kommt das ding nochmal das mich zur seite befördert hier hinten die münze die habe ich schon geholt fällt mir grad wieder ein so den weg dann den weg und hier hoch dann so und so und hoch ich bin schneller als das level selbst ja komm level du lässt auf dich warten oh man weil der penner da im weg steht blablabla so toll wenn ich bis da bis ich bis dahin wieder hinkommen ist das video schlägst wieder zu ende gut machen wir es mal äh nein nicht die navy base raus ich will hier nicht hin kann ich irgendwie wieder raus aus dem level weg endgame ja na raus raus bla 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 man jetzt kommt wieder das scheiß level so und ich schalte erst wieder und ich mache jetzt einfach mal offscreen kurz den teil bis dahin hin wo ich immer verrecke damit ich ein bisschen zeit spare ja bis gleich dann jo da sind wir wieder jetzt an der stelle wo wir vorher nicht weiter kamen juhu so hoch äh nein falsche richtung ruffy guck in die richtige richtung ja jetzt da rüber oh huio huio und hoch und rüber oh oh herz klopfen weiter geht's hm hm kann dieses sidescrolling nicht langsamer wow aufhören warum bin ich so billig verreckt man ok und hoch und rüber oh oh ja gut gut ja ich kann nicht mehr sprechen vor lauter was auch immer hm oh ok so los komm geh schneller 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 ha ich wusste dass da oben was ist das sah schon viel zu komisch aus diese wow geh weg und was war das für ein hammer schlag ach also eine kugel was war das denn ruffy warum hast du dich nach oben gemacht ruffy du penner warum gehäust du mir nicht ich töte dich ruffy hab ich ja jetzt schon gut ich hab meinen teil eingelöst jetzt äh ich hab dich jetzt getötet jetzt mach deinen teil und gehorche mir dann sind was passierten ah gut ich komm da doch noch hoch aah man du hast auch hier noch einen langen arm wenn es dir auch passt ne so so das klopfen gefiel mir nicht so jawoll und weiter schnell 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 oh huja weg mit euch ich muss weiter ja ja du auch weg du köter so ich muss schnell weiter da oben ist nix da oben ist nix außer der da die bombe brauche ich wahrscheinlich hä gehts da oben weiter ne gut dass ich mir die bombe geholt habe von wo kam das nein man das hat weh jetzt hat mir den kopf auf den tisch gehauen aus wut hoch und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter so jetzt lass mal ein bisschen böse gucken er ist auch wütend ja raffi zeigst du bist wütend dass das level nicht schafft so jetzt wow das war kacke knapp so schnell runter na gut die dinger sind schon offen diesmal umso besser für mich so jetzt bräuchte ich mal nami dass sie mir wieder ein paar leben klaut irgendwo hier kommt gleich ein abgrund und ein schütze so bombe obwohl ich glaube die brauche ich jetzt nicht mehr das ding ist auch sicher offen jo ist offen besoffen offen boom boah ich hab beinah vergessen zu noch mal warum noch eins was kommt jetzt was kommt jetzt nein ach verdammt ich hab vergessen boah ich krieg hier echt nen Herzinfarkt noch irgendwann so bitte sei auch zu ende bitte bitte boah das bringt mir eh nichts weil ich doch eh gleich game over bin und ich seh schon das video ist auch um so so pff so wenn mich die drohe darum interessieren würde dann noch lieber das hier was zu essen nein ich wette das level war da hinten zu ende also dieser Teil ja gut gut dann tippe ich mal beim nächsten mal wenn wir wieder da hinten einsteigen wenn wir da oben dran gekommen sind ja wird vielleicht ein bisschen dauern aber naja ihr müsst ja meine niederlage da nicht sehen so also dann ja wir sehen uns dann morgen hoffentlich wieder bis dann bei one piece ciao